Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und wir spielen heute mal wieder Call of Duty Modern Waffer 3. Oh, ich hab die ACR 6.8 mit USP 45 Taktik, Splitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen Pro, Meisterschütze, Sturmpaket und Good Out. So, YouTube Gamescom legt sich gleich mal auf die Lauer, Leute. Mama Mia, ist das eine schöne Waffe. Ähm, Leute, ich muss euch etwas sagen. Stopp, 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 Leute, ich... Raus aus der Dunkelheit. Leute, ich muss euch etwas sagen. Das ist ganz wichtig. Ich hab mal wieder Herrschaft gezockt. Gut, ganz normal auf der Map Lockdown. Und ich bin wieder in eine Hackerlobby gekommen. Das habt ihr natürlich sofort verlassen, weil das ist ja Wahnsinn, oder Leute? Habt ihr das vielleicht auch schon mal gesehen? Weil ich hab, glaub ich, schon mal... Ich hab ein Video mal hochgeladen, da war ich wieder in der Hackerlobby. Wirklich, da klickt man pro Kill 100.000 Punkte. Bei einer anderen Hackerlobby 20 Millionen Punkte. Ich hab schon... Ich hab... Ich war schon in Lobbys drin, da... Da standen Milliarden... Milliarden Beträge. Da kamen Leute rein mit Level 6 ohne Prestige und kamen mit Prestige, weiß ich nicht, was es hier gibt, 8 oder 10 raus. Wow. Mama Mia. Nun ja. In einem Spiel wird natürlich auch gehackt, das ist natürlich ganz klar. Aber wir wollen uns jetzt auf das Gameplay konzentrieren. Yo. Das ist die Map, äh... Leute, jetzt hab ich einen Hänger. Nein, kein Hamburger Hänger, sondern einen Hänger. Ich hab einen Hänger. Wie heißt die Map? Ah, ich glaub, das ist die Map. Interchange. Ja, Interchange ist das. Ich hab jetzt grad voll den Hänger gehabt. Wusste nicht mehr, was das ist. Yo, ich muss euch noch einfach sagen, Leute. Hab und gezockt. Und dann bin ich auf, ähm... den Clan... den Clan, wie heißt der nochmal? Wie heißt der? Libanon Elite. Genau, Libanon Elite, bin ich gestoßen. Und da war der Agent 007, Moran Wofor. Also dieser, das ist der Leader der Libanon Elite. Das ist so ein Online-Clan, wie die Hamburger Hänger oder die... oder der Face-Clan. Und ja, er hat mich mal richtig beleidigt. Der Air-Clan sei scheiße und so... Ramon ist ein Penner. Und das finde ich natürlich nicht in Ordnung, dass er das einfach gemacht hat. Weil er kennt mich noch nicht mal. Gut, ich zock jetzt nicht besonders, aber Ramon, der zockt richtig gut. Und ja, wollte ich nur mal sagen, wenn du das siehst hier, Libanon Elite, Lieder, Agent 007, Moran Wofor. Aber du bist ein Lauch, wenn du andere beleidigst. Weil das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool, andere beleidigen. Habe ich auch mal gemacht, aber... Das hat seine Gründe gehabt. Yo! Was gibt es als Thema heute? Was gibt es Neues auf der Welt? Mann, Mann, Mann. Ja, vieles würde ich sagen. Das ist iPad Mini, aber das werde ich mir nicht holen. Hab ja ein iPad One. Yo. Twitter habe ich auch nicht mehr. Ach, ich weiß nicht, Twitter ist nicht mein Ding. Oh, Papa, immer wieder raus hier. Jo, ich habe jetzt 20 Abonnenten. Ich glaube, der Effect Brothers hat mich abonniert. Wow! Bei mir pendelt es immer bei 18, 20 Abonnenten. Klar. So. Das war's euch schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der PS3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later. Alle Gäder. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.